Ich hab's schon hier eigentlich, das war schon so verrückt. Das war's. Schöne Salzgebung! Genau, das ist für mich der Beste. Was ist denn da? Die Beste! 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 Nichts någotelreiche mit den mathematicsischen Kursig! Es ist natürlich auch ein bisschen eine Fahrtgefahr, um die Fahrt zu nehmen. Das ist noch ein bisschen dabei. Das ist das Fahrzeug. Das ist jetzt der Fahrzeug, der sich zur Fahrzeug trainiert. Das ist dann mit dem Fahrzeug und hier ist dann auch die Fahrzeug. Bei den Fahrzeugen, zum Beispiel bei Zirko, zum Beispiel auf 2 und 2. Das sieht es aus. Das ist ein Wettbewerb. Aber es ist so türkig. Das ist halt so gut. Ich fühle mich nicht an, dass das nicht so gut ist. Ich bin jetzt sicher von einem Lagerkumpelmann gekommen. Das ist jetzt auch der Lagerkumpel. Das ist ein Lagerkumpel. Das ist der Lagerkumpel. Da kann man es halten, wenn man es einen Lagerkumpel unterlegt. Aber ich habe einen Lagerkumpel. Guck mal, da hat er gerade die Browswalki-Tex. Das ist ein Lagerkumpel. Die leiten sich neben reisen ab. Sie verlassen einen Lagerkumpel mit uns. Auch der Lagerkumpel. Der Voxwalki-Tex. Der ist eine Zuzwege. Die ist eine Zuzwege. Sie verlieren letzten Jahrzehnte. Ja, es ist schwierig. Ja, ich will manchmal machen, ich könnte jetzt mal die Ziele schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.